Das muss der Weg nach unten sein. Ja. Geht Stufen runter, das muss der Weg nach unten sein. Sprengstoff können wir jetzt nicht nehmen. Aber, ja doch, Sprengstoff könnten wir schon gut gebrauchen. Shit. Aber ich wüsste auch nichts, was ich jetzt wirklich. Ich lasse ihn erst mal stehen. Vielleicht kommen wir hier ja nochmal vorbei, aber da ist der Wunschwart an das Gedanke. Da ist schon wieder so ein komischer Ei. Irgendwas passiert jetzt hier. Da brauchen wir dann wieder eine Batterie oder so. Ja. Funktioniert gleich. Oh, das ist ein Aufzug, okay. Ei, ei, ei. Oh, oh. Ich traue der Sache nicht. Oh, noch ein paar Laster. Wieso hat keiner vom Krankenhaus das alles je bemerkt? Tja, vielleicht durften sie es auch nicht. Ja, Lichter brennen noch. Ja. Dann können sie ja nicht irgendwie, kann es auch nicht so lange her sein. Ne. Bislang wir so ein Ding jetzt nicht fahren müssen gleich. Oh. Okay, hier kommen wir nicht durch. Hm. Was ist da mit der Bühne? Da müssen wir was machen. Hm. Zu einfach. Hat das das nächste Ding. Okay, jetzt wieder hoch. Da. Oh, eine Kiste. Oh, eine Kiste. Ich will erstmal safe, das ist gut. Ja. So. Hm. Ähm. Das ist ja alles gerade schwierig. Munition nochmal so viel. Packen wir einmal das weg und dann packen wir auch mal ne. Und die 37 Schuss auch weg. So. Würde ich das jetzt angehen? Ja. Ach ja. Ja. Gut. Okay, ja. Ne, ich wollte eigentlich das hier sehen. Fahrstuhlnotiz. Ähm. An alle Mitarbeiter, wir haben ein Problem mit dem Schaltkasten festgestellt, bei dem die gleichzeitige Verwendung von Schwermaschinen ihn überlädt und die Sicherungen durchbrennen lässt. Wenn Sie auf dieses Problem stoßen oder den Aufzug nicht zum Laufen bringen können, bleiben Sie bitte ruhig. Sammeln Sie die Sicherungen von den im Lager aufgestellten Hilfsgeneratoren und starten Sie damit den Hauptgenerator so schnell wie möglich neu. Will heißen, das passiert uns natürlich jetzt gleich. Ja. Alles gestoppt. Das ist aber nur ein normales, ne. Da kann man nicht durch. Du. Da unten liegen schon. Da steht was. Ach der Typ, der unsympath. Der Arsch. Der uns verraten hat. Ach der. Okay. Na hier unten kommen wir eh nicht durch, wie ich das sehe. Also müssen wir hier entlang und das ist nicht gut. Der sieht dich da. Shit. Ich könnte ihn mal in den Kopf schießen. Das wäre mir nach. Das ist Glasscheibe. Ich weiß. Ich sag ja nur, was mir nach wäre. Sprengstoff. Oh oh. Ich dachte grad, das wäre eine Leiter. Hab ich auch gedacht. Ja. Ist aber nicht so. Hier geht's auch nicht weiter. Kommt man denn da runter? Ja, kannst du das Ding bewegen, da diese Brücke? Ach. Oh. Oh, okay. Hat der dich noch nicht gesehen? Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, wir hören dieses scheiß Ding nicht an. Wir bewegen jetzt unauffällig die Hebebühne. Ein bisschen umgucken. Da ist nix. Der hat uns garantiert gesehen. Der tut nur so. Ja. Ja, wir kommen jetzt zu den Typen, ne? Oh. Na klar. Gib zu, ich respektiere deine Zähigkeit. Aber leider enden unsere Spielchen hier. Ja, kam ich. Und jetzt? Die Sicherungen aus dem Lager haben. Ah, da. Ja, ja. Ah, ja, da. Die fehlen da. Genau. Okay. Beziehungsweise... Moment, Junge, vier. Zwei Stück fehlen. Drei. Drei. Und die sind halt im Lager. Schandt davon auf der Notiz, glaube ich, oder? Ist das Lager? Hast du keine Karte? Hm, hm, doch. Doch. Oh, scheiße. Was ist das denn? Du warst bestimmt auch mal hübsch, ne? Der explodiert jetzt nicht. Nö. Okay. Da steht da in aller Seele in Ruhe, ey. Ach. Eine. Okay, nur noch zwei. Ja, ich pack's jetzt wieder ein. Du kannst dir doch mal essen. Eiei, ey. Spannend. Spannend. Jesus! Es geht so weiter, wie wir letztes Mal aufgehört haben. Ja, das geht bei Tieren genauso gut. Oh mein Gott. Und legt der sich auch so dahin? Oh mein Gott. Was hast du denn? Zielvorrichtung. Das war eben das andere Gewäden. Ach nein, das war, achte, das ist die Schrubbwünste. Nee, dann nimm ich lieber das. So, was ist das? Mach doch mal die Mappe auf, die Karte. Mach doch mal die Mappe auf, ja. Äh, wo sind wir denn da? Ja, da ist noch so einiges. Hm. Wir gehen einfach mal der Nase nach. Ah, wow. Meine Güte. Warum? Da sollen wir jetzt nicht durch, oder wie? Oh. Oh. Eine Sackgasse. Nein, Moment. Moment. Wir gehen da durch. Ach. Was ist das für ein Geräusch? Ach da. Das will runter, aber hier wäre auch eine Treppe. Aber wir nehmen natürlich gerne, oh, was war denn da noch? Oh, geht natürlich, aber wir können kombinieren. Also kann es mischen. Mischen, impossible. Oh. Oh, je, je, je. Kann die dann jetzt mehr... ...dingsen? Die hatte vorhin nur vier Schuss, ne? Eine Ahnung. Jetzt hat sie, glaube ich, sechs. Sechs. Keine Ahnung. Das ist der Moment, das ist ja nie. Ich bin nicht so der Waffenexperte. Das ist es. Das ist so, da hätte man auch nicht erworben. Ich glaube, wir sind faul. Die hätte man nicht, ne, oder? Ne, du wärst da nicht reingekommen. Dann wärst du reingelanget, ja. Was du aber vielleicht eh noch machen musst, weil ihr nicht weiterkommt. Du solltest nicht weiterkommen, genau, so sieht's aus. Aber Moment, ne, wir gucken mal hier, glaube ich. Ja, jetzt kommst du wieder runter, genau. Vielleicht gut, dann willst du mich auch hier rein. Ah, okay. Äh, 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 das ist doch eklig. Ja, ich geb dir recht. Wafui, wafui. Mitarbeiter. 12. September in N2 auf... Oh, oh, ich bin doppelt. Oh. Nee, warte, alles gut, geht wieder. 12. September in N2 aufgenommen. 45 männliche, 32 weibliche entsorgt. 60 männliche, 89 weibliche. Ah, geil. 15. September in N2 aufgenommen. 55, 19? 2 aufgenommen, 55, 19. Männliche, 51, hä? Ja, das ist ein bisschen, das ist irgendwas grob gestanden. Egal. 8 weibliche, zurückgebracht, 8 weibliche, nicht infiziert. Okay. Mathe 6. 22. September in N2, 25, 22, 15 männliche. 16, 21, 29 weibliche. Entsorgt sich, so. Äh, blablabla. Präventiv, alle über 30 Jahre entsorgt. Okay. 24. September. Was? Ja. Nächtlicher Transfer durch Schwester beobachtet. Aufnahme in Unterbund-Einrichtung zeitweise ausgesetzt. Okay. Also, dass wir uns jetzt irgendwo in eine Tonne legen. Ja. Ich vermute das. Okay, das war die, wo wir eben nicht durchkamen. So, jetzt ist die Frage, gehen wir hier runter, oder nehmen wir die andere, ne, die andere Tür? Die andere Tür, das scheint nach oben zu sein, oder ist das auch unten? Ne, das ist nach oben. Ah, hier haben wir in der Kiste. Aber dieses scheiß Lager. So, wir haben jetzt einen. Ja, uns fehlen noch zwei Sicherungen, genau. Die hätte ich schon wieder komplett verdrängt. Den brauchen wir sicher nicht, das ist zu viel. Zwei haben wir. Das können wir... Hatten wir da noch eins? Hochwertigst, nee. Die brauchen ja... Nee, haben wir nicht. Backstone. Ähm, ja. Viel mehr, guck mal, ja, kommt die Achtsschuss, gehen wir auch noch weg, erstmal. Erstmal. So. Okay. Wir sind... Ja, ist das die Frage, wo... Wo suchen wir jetzt? Äh, nicht unten drin. Ach so, das war die Stelle. Könnte hier auch noch gut sein. Eigentlich nicht, ne? Hm. Ah, da hinten. Die Nebentür. Ach so, ne, da kommt man dann runter. Ja, da kommt man runter, da sind wir eben nicht runter, ne? Nein. Da ist ein Hundekäfig, oder was? Ja, in der anderen Richtung. Da. Ne? Ah, ne, ist es okay. Mann, ey. Fieses Teil. Böse. Aus. Ah. Oh, Gott. Entweder. Naja, fast. Naja, fast. Mit so war fast ein Hund, oder? Hm. Ach. Aber da. Da ist noch eine. Das war hier dann, aber auch schon alles. Hm. Geht's nicht um... Achso, ne, da sind wir hier durchgegangen. Dann geht's auch noch mal hoch. Also kommen wir von da... Ja, von da sind wir gekommen. Da waren wir drin, ja. Andererseits kann es natürlich trotzdem sein, dass da noch was ist. Ach, das Ding geht gar nicht hoch. Nö, nö. Attrappe. Dann müssen wir wohl doch mal die Leiter hoch. Alter, da waren wir ja, wo das... Das sieht alles so gleich aus. Ich hab' mal komplett jemanden verloren, ne. Hier sieht es gleich aus. Das versuche ich auch gar nicht so großartig zu überlegen, wo wir gerade sind. Das ist auch einfach. Ach, das war das, wo der Typ da oben war. Ja, jetzt gehen wir jetzt mal zwei Schuhe einsetzen. Die nur eins fehlt noch. Oh, nein. Hast du die? Ja. O, oh! Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Pfui! Mir ist das wundern. Ich weiß nicht, was ich will.